So, da sind wir auch wieder zu Battlefield Bad Company 2. Jetzt rocken wir hier erstmal die Party ab. Da oben, da oben. Könnt ne verdammt kurze Mission werden. Glaub schon. Dann rennen wir mal was vor. Könnte unser Mann gewesen sein? Geübter Schütze, wenn ihr mich fragt. Niemand hat dich gefragt. Niemand hat dich gefragt. Neh, ich bald jeden. Unserer AEK 971. Und Video. Sweetwater mit dem 60er. Zwei Leichen. Mehr nicht. Wir verschwenden unsere Zeit. Wartet, wartet mal. Scheiße, Mann. Der Typ ist mausetot. Ja, mausetot. Sollen wir hier auf dem Präsentierteller auf CSI New Jersey warten? Ja, das ist jetzt ganz CSI New Jersey. Okay, wie man gerade sieht, ist alles da verzogen. Ja, ein Hinweis. Ich mach mal kurz einen Schluck aus der Pulle. Das passt zusammen. Also los geht's. Fluss aufwärts. Ist ja nichts mehr drin, ey. Okay. Sag's Flynn. Flynn ist weg, Hex. Tja. Das wird ja besser und besser, hm? Ach. Wir haben Gesellschaft. Okay. Wir, we got bad company. Fußsoldaten auf 12 Uhr. Verstanden. Verstanden. Ach, stopp. Deckenpust. Verstanden. Verstanden. Genau, oben, der lebt! Alter! Feuer, weiter! Nächte! Schmerzen Sie nach oben! Schmerzen Sie nach oben! Schnell in Deckung. Dann kommt es nicht so jetzt. Schnell in Deckung. Dann macht mir gerade einen Fehler. Der ist noch leer. Der ist noch leer. Der ist noch leer. So weg ist der. So mein Land ist der. Verliefst du. Was ist das? Ich weiß nicht, was es hilft. Meine Lieblings-Pump-Gon. Wen haben wir denn da? Ein Patrouillen-Boot. Los, alle Mann in Deckung. Schau mal den Patrouillen-Boot aus. Ein Schuss, ein Treffer, ein Kill. Warum sind die Typen hier aufgetaucht? Vielleicht um sicherzustellen, dass wir nicht zu Aguirre durchkommen. Ich sag's euch, er muss noch am Leben sein. Wie lautet der Plan? Wir bitten Flinn uns hier raus zu bringen? Ich sag dir nein. Also in der Tat haben wir hier was zu finden. Hm. So ist das MG3. Nimm ich das, wie ich was will. Oder? Ein Granantwerfer ist immer gut. Ach. Warte, muss ich das, was wir mal nicht nehmen. Aber später. Ich bin ganz klar. Haltet einfach die Augen offen. Aber die Sache mit dieser Waffe. Glaubst du Braidwood sagt uns alles? Woher soll ich das wissen? Ich bin Soldat. Kein Special Ops. Nein. Ich mach auch einen Job. Okay, ich hab da so ne Theorie. Gucken wir uns mal die unbegrenzten Weiten an. Die Typen von eben Paramilitärs sind müssen sie. Man kann hier natürlich alles durchgucken. Man kann teilweise gucken und so. Schätze, es ist jemand der Anleguaiern präsent. Ich werde demnächst auch was für Minecraft noch machen. Da ich ja einen Minecraft-Server hab. Wo nur Privatleute drauf können. Was ich ja auch persönlich kenne. Da werden wir mal ein paar Videos stellen, was wir so gebaut haben. Gucken aber euch immer an und sagen mir, was ihr findet. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Wie ihr das findet? Vielleicht Vögel? Keine Ahnung. Cutline? Scannt einfach weiter. Hm. Scannen. Dann kann ich was sagen. Elektronisches Scannen. Kein... Mit Waffen. Beobachten wir uns. Warum beobachten wir uns? Wartet. Ich hab's auch gesehen. Boah. Da vorne ist was. Ja. Der Busch bewegt sich. Seht ihr? Nein. Vielleicht. Weiß auf mich. Ich sehe nichts. Hallo. Bringt einfach hier raus. Ja. Was mach ich hier? Ah. Kein Respekt. Und... Scheiße. Wir sind auf Grund gelaufen. Das gefällt mir. Okay. Alle mal raus. Wir laufen. Eines Tages besuchen wir mal ein Ort wie den hier und schießen nicht auf die andere. Oh. Bestimmt. So. Dann meine... kleinen freundlichen Granatpfeffer raus. So. Ich fahre von bottig called weapon... Auf Deckung... Na... La.. Eine Handgranate mit dem Smiley. Nein, das ist ein D3. Nein, das ist ein D3. Einhalten. Das D3 ist eigentlich ziemlich nett, aber hier ist es total... Äh... Scheiße. Da kommt ein Sengt. Nicht mehr, lieber. Was? Nee. Reload, bevor you go in the battle. Eigentlich brauchen wir größere Waffen. Eigentlich? Bravo 2 action. Nächste auf UHF-Kanal. Okay, schieß los, Bravo 2. Ich höre. Ghost Rider, wir wurden von einer wild gewordenen Miliz angegriffen. Windstrom aufwärts unterwegs in folgender Spur zu Aguirre. Haben nicht mehr viel Munition. Verstanden, Bravo 2. Was wir keine Munition haben lassen, sehen wir ja gerade hier. Okay, ich hab hier noch etwas, das vor sich hinrostet. Versteckte Tage, wenn ihr versteht. Hab kaum noch Treibstoff, aber ich werd's bei euch abwerfen. Wie klingt das? Vielen Dank, Ghost Rider. Okay, sehen wir. Da war noch was. Hm, hier haben wir eine neue Hand auf Waffe. Eine Chance ist mir mit Rotbumpet visiert. Boah. Ich denk's über einen kleinen Hitlerhals. Um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Ja. Lasst uns jetzt die verdammte Datenkiste holen, bevor die aufholen. Scheiße Moskitos, ey. Ich hasse Moskitos. Oder was es hier nicht aufgibt. Jede Waffe, die wir ab jetzt finden, wird hier gebunkert. Wir können uns aus solchen Kisten bedienen, wenn wir nach... Äh, ja, da ich ja schon fast alle Waffen hab, behalten wir aber trotzdem die. Oder Moment. Die und die wieder. Schub raufen. Ja, Sarge, danke. Mir war bisher nicht bewusst, die Kisten funktionieren. Mir auch nicht, wie die Kisten zu ziehen. Ghost Rider, wir haben die Kiste. Danke. Okay, Bravo-Tool. Das ist cool. Ghost Rider out. Markiert eure Ziele. Wenn wir Aguirre finden wollen, müssen wir weiter. Hier ist Rass 12 wieder. Meine absolute Lieblingsschrott, wie ich ja schon gesagt hab. Die hab ich auch als Erster. Das ist das Geilste. Warte, was ist denn das Geschrott, wenn ich auch gehört? Federdruck. Na, wir haben ja noch ein nettes Boot.